Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Dying Light. Ja, wir müssen den Doktor retten und sind hier ins Gebäude von, wie hieß er? Keine Ahnung, vom Bösen geschlichen. Wir müssen jetzt einen Eingang finden. Ich versuche natürlich mein Bestes hier irgendwie. Ah, ah. Der kennt, der hat mich schon gesehen. Ja, der ist schon. Beide zwei sind dort. Erstmal die Zombiefigur mitnehmen. Das zum Öffnen reicht noch von der Zeit. Alkohol, Zigaretten nehme ich mit. Das hier auch. Und die Schnur nehme ich mit. Sehr gut. Okay, wir haben die abgehängt. Problem ist nur, wir brauchen nach wie vor einen Eingang. Vielleicht hier drin? Ja. So, dann würde ich sagen, räuchern wir mal die Bude aus. Ries Schläge haben Sarah entführt, seinen Anhänger geplündert und seine komplette Ausrüstung gestohlen. Darunter auch die Forschungspakete, sofern Sarah sie bereits vorbereitet hatte. Ich muss ihn finden. Ja, dann machen wir mal schnell. Crane hier. Ich könnte gerade wirklich Hilfe vom GRE gebrauchen. Zu schade, Crane. Hier spricht das Verteidigungsministerium. Wie? Was geht da vor? Was ist mit dem GRE? Die Einflussnahme durch den GRE wurde reduziert. Wir haben die Führung übernommen und Haran zur Zielzone der Stufe 1 erklärt. Warten Sie, warten Sie. Sie können nicht einfach ein Flächenbombardement durchführen. Es gibt hier noch hunderte unschuldiger Zivilisten. Vielleicht tausende. Irrelevant. Es geht hier um die Sicherheit von Milliarden. Das verstehen Sie doch sicherlich. Okay, okay. Hören Sie zu. Ein Wissenschaftler namens Sarah arbeitet hier in Haran an einem Heilmittel. Er steht kurz vor einem Durchbruch. Wenn Sie die Stadt bombardieren... Verstanden. Unwahrscheinlich, dass dieser Wissenschaftler wirklich nützliche Erkenntnisse vorzuweisen hat, aber... Sie haben 48 Stunden. Verdammt. Okay, was auch immer da draußen abgeht, es ist nicht gut. So, erstmal hier plündern. Die schmeißen die einfach mit Wurfmessern um sich. Sabi-Leute nur. So, erstmal alles looten. Inventar ist immer noch voll. Ich musste mal vielleicht leeren. Inventar. Ich werde mal wahrscheinlich... Ja, ich werde mal das hier leeren. Was kann ich denn wegschmeißen ohne zu zögern? Das Küchenmesser kann ich zerlegen. Gemüsehackmesser. Ich muss auf die Verkaufszahlen schauen. Wo sehe ich das nochmal? Da, Wert. 6.000... 6.000... 5.000... 6.000... 5.000... Fackeln. Ja, wir haben so viele Fackeln. Das Schild... Eigentlich brauchen wir es auch nicht, aber ich lasse es jetzt mal drin. Wurfmesser haben wir jetzt viele. Premium Wurfstellen haben wir auch sehr viele. Die sollten wir vielleicht mal ein bisschen verwerfen. Mache ich vielleicht mal eine Böller. So. Gut, wir haben wieder ein bisschen Platz für weiteres Equipment. Vielleicht die Taschenlampe ausmachen. Ist auch gar nicht unauffällig, diese elektrisierende, blitzende Axt, die ich in der Hand halte. So. War klar. Ah. Vielleicht kann ich ihn aufstemmen. Okay, es geht hier also doch weiter. Hätte ich nicht gedacht. Weil hier ist... Oh. Shift und W. W ja immer. Nichts besonderes. Stellen wir mal auf. Und... Auf damit. Äh... Ja. Ich habe so das Gefühl, ich kann mich nicht an den Seilen da halten. Nur so... Vielleicht. Ich sollte wahrscheinlich eher... Obwohl, das zeigt mir an. Also, ich probiere es. Okay. Na bitte. Ah, okay. Und wir haben Besuch auf dieser Etage. Ich komme hier nicht rein. Okay. Dann muss ich wohl auf der anderen Seite durch. Doch. Das heißt, ich muss den da hinten irgendwie... Jetzt wäre natürlich der Stealth Kill ganz geil. Hm. Ich schaue mal kurz nach. Fertigkeiten. Was haben wir denn gemacht bei dem? Wo war der Stealth Kill? Ach, hier wäre... Und wir haben den Haken genommen. Ja, okay. Wäre jetzt praktisch gewesen. Und ich muss da hin. Geht doch. Entschuldige für das harte Durchgreifen, aber... Manchmal, da muss man Dinge tun. Die man nicht will. Die man nicht will. Noch mehr Wurfmesser. Hoppla. Was war... Was? Alter! Wie prallt der an deinem Schädel ab? Geht doch. Wenn ich mir so vorstelle, wie die zwei einfach als normale Menschen da mich angreifen wollen. Und ich einfach stehe. Ah. Wurfstern. 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 Oh. War das? meine Taktik! Wurfstern, Wurfstern! So, geht's jetzt uns besser? Zum Glück schmeiß ich die ganzen Wurfstellen einfach hin und her, ich muss die Inventarslot sparen und so. Also nicht wundern. Und wenn ich schon hier bin, kann ich auch gleich mal nachschauen, was ich alles looten kann. Was habe ich hier noch? Das Handy im Wäschekorb, auch ein Klassiker. Antiquitierte Hacke, oder wie ich es auch immer gelesen habe, irgendwas stimmt davon schon. Hey, Medi-Pack. Nüsse. So, okay. Klassische Wurfmesser überall hier. Alter Freund, wo steckst du denn? Okay, wir kommen der Sache wahrscheinlich schon näher. Das war knapp. Da geht's zum Shop. Ich hoffe, da kann ich looten. Und ich erinnere mich gut an dieses Gebäude. Langsam kommt es mir wieder so vor als welcher. Der Teddybär. Ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, irgendwann mache ich hier mal eine Metzlerei. Metzlerei? Ich weiß gar nicht, das Wort entfällt mir gerade. Also, irgendwann rotte ich die ganze Bude mal aus. Habe ich erwähnt. Nicht umdrehen. Ich sagte nicht umdrehen. hast du davon. Welcher hilft auch immer. So, hier ist ein Medic-Schrank mit einem Müsli-Riegel drin und das war es auch schon. Der ganze Medic. So, hier haben wir mal ein Wurfmesser. So, der Shop ist bestimmt, da ist einfach alles leer. Schon geplündert. Das kann natürlich gut sein. In der unterirdischen Ebene, vor allem weil die Quest die Grube heißt, nehme ich an, dass wir eh nach unten müssen. Oh, Kosmetika. Und Schwer-Schlossknacken kriegen wir auch hin. Sehr gut. Dann schauen wir mal, was wir kriegen. Tasche und ein Hackmesser, das vielleicht ganz gut sein könnte. Ich zerlege mal, äh, ja, das Beil. Die Hacke will ich gerne behalten. Vielleicht werde ich die auch ausbauen. Aber das Beil werde ich mal zerlegen. Ja. Das Blau sieht nicht schlecht aus, nehme ich mit. Wenn das Gebäude verlassen wäre, wäre nicht so viel los hier. Oh, was haben wir denn? Oh, was haben wir denn? Sehr schön. Da hat jemand... Oh, was haben wir denn? Alter. Also, ich würde sagen, ich muss mal ein bisschen das Inventar sortieren für Plätze eins, zwei, drei. Hm. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Das Gemüsehackmesser werde ich auch mal zerlegen. Ja, Hacke weg. Schild lasse ich jetzt auch mal fallen. Wir können es eh immer wiederholen, wenn wir es brauchen würden. Und die zerlegen wir auch noch. Sehr gut. Polizei, Gewehr, Polizei, Gewehr. Ich möchte gerne nachschauen, ob unsere etwa gleich gut ist. Unsere ist besser. Kann das sein? 286 Feuerkraft und die hat nur 184. Genau das gleiche, aber sehr gut. Das sage ich natürlich nicht nein. Mitnehmen. 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 Natürlich ist Munition voll. Schade. Deutsche 9mm. Was haben wir denn mit unserer? Ist ja auch ne Deutsche, glaube ich. Okay, die wäre besser. Ne, wir haben die amerikanische. Stimmt. 118, 85, 60. 155, 95, 30. Was ist nochmal das letzte? Schussfrequenz. Wir werden wohl die Deutsche nehmen müssen. Obwohl unsere violett ist. Ist die Deutsche besser? Ich lass jetzt mal einfach so. Amerikanisch klingt besser, aber... Scheißegal, ich werde es tauschen müssen. Wie sieht die aus? Auch nicht schlecht. Wir sind bewaffnet. Und gefährlich. Aber kein Grund jetzt Schusswaffen zu benutzen. Wir gehen noch ein bisschen mit der Axt. Okay, ein Grund Schusswaffen zu benutzen. Wir gehen noch ein bisschen mit dem Schusswaffen zu benutzen. Wir gehen noch ein bisschen mit dem Schusswaffen zu benutzen. Wir gehen noch ein bisschen mit dem Schusswaffen zu benutzen. Wir gehen noch ein bisschen mit dem Schusswaffen zu benutzen. Wir gehen noch ein bisschen mit dem Schusswaffen zu benutzen. Wir gehen noch ein bisschen mit dem Schusswaffen zu benutzen. Wir gehen noch ein bisschen mit dem Schusswaffen zu benutzen. Wir gehen noch ein bisschen mit dem Schusswaffen zu benutzen.